Wenn wir auf die USA gucken, dann fällt schon deutlich auf, dass Kamala Harris eine Person ist, die sehr, sehr unterschiedliche Wählergruppen für sich begeistern und mobilisieren kann. Und die auch als Vizepräsidentin, aber auch als Senatorin und davor als Staatsanwältin immer wieder Demokratie und demokratische Prinzipien den Rechtsstaat wirklich sehr, sehr stark verteidigt hat. Und darauf kommt es ja in diesem Wahlkampf auch an. Denn mit Donald Trump tritt ein Republikaner an, der sehr offen sagt, wie stark er die amerikanische Demokratie beschädigen will, wie wenig ihm rechtsstaatliche Prinzipien überhaupt wert sind. Herzlich willkommen zum Podcast Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Wir wussten alle, oder wir wissen es, dass dieses Jahr 2024 ein ganz besonderes ist für die Demokratie und auch für Wahlkämpfe in der ganzen Welt. Das war uns allen klar. Natürlich auch mit der US-Wahl am Ende dieses Jahres. Was nun aber passiert ist in diesen Tagen, hat natürlich noch zu einer weit größeren Dramatik in diesem Wahljahr geführt und auch ganz besonders in US-Wahlen. Zunächst das Attentat auf Donald Trump und nun der Verzicht von Joe Biden auf die Präsidentschaftskandidatur. Das wird große Folgen haben, auch für Deutschland und für Europa. Und wir sind sehr froh, dass wir uns heute darüber mit zwei Menschen unterhalten können, die uns das sehr genau erklären können. Unsere Vorständin Daniela Schwarzer und unsere Transatlantik-Expertin Catherine Krüver-Aschburg sind zu Gast bei uns, bei Malwa Zucker und mir, Jochen Arns, im Podcast. Und wir freuen uns sehr auf Sie. Ja, hallo Jochen. Auch bei mir ein ganz herzliches Willkommen an unsere beiden Gäste, die beide schon mehrmals bei uns im Podcast zu Gast waren. Ich stelle Sie dennoch einmal ganz kurz vor. Daniela Schwarzer ist Vorständin der Bertelsmann Stiftung. Davor war sie CEO der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, und Executive Director für Europa und Zentralasien bei den Open Society Foundations. Sie ist Expertin für die Themen Europa, Außen- und Sicherheitspolitik und Demokratie. Und Catherine Krüver-Aschburg, Transatlantik-Expertin der Bertelsmann Stiftung. Als deutsch-amerikanische Harvard-Politologin kennt sie sich sowohl in inneramerikanischen Verhältnissen, als auch in der Bedeutung der amerikanischen Politik für Deutschland und Europa sehr gut aus. Hallo liebe Frau Schwarzer und hallo liebe Catherine. Schön, dass Sie und du euch spontan Zeit nehmen konntet für diese, unsere Folge zum Rücktritt Joe Bidens als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Ja, hallo. Schön, dass wir dabei sein können. Hallo auch von meiner Seite. Ja, und auch von mir nochmal. Hallo auch an dich, Maiva. Herzlich willkommen nochmal alle zusammen hier. Und vielleicht geben wir dem Thema in den USA gleich ein bisschen Tiefe und Analyse, indem wir, Frau Schwarzer, indem wir mit Ihnen darüber reden, wie ist denn eigentlich die Amtszeit Joe Biden zu begrenzieren? An den Reaktionen, nachdem er erklärt hat, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren möchte, zeigt sich, dass gerade Europäer ihn sehr schätzen für seine erste Amtszeit. Er hat wieder Ruhe ins transatlantische Verhältnis gebracht. Er hat außenpolitisch gezeigt, dass er bereits über sehr viel Erfahrung verfügt hat und hat viele Sachen, wenn man den Abzug aus Afghanistan mal ausnimmt, ganz gut hinbekommen und sich gerade in Sachen Ukraine-Unterstützung sehr eng mit den Europäern und insbesondere mit Berlin abgestemmt. Er hat der NATO wieder volle Glaubwürdigkeit mitgegeben und er hat an ganz vielen Stellen gezeigt, wie wichtig ihm die transatlantischen Beziehungen sind, ohne dass er Politiken verfolgt hätte, die nicht aber auch sehr, sehr eindeutig im Interesse der USA liegen. Insgesamt hat er, was die USA anbelangt, viel investiert in die Wirtschaft, in die Schaffung von Arbeitsplätzen. In Europa haben wir ganz besonders intensiv diskutiert über den sogenannten Inflation Reduction Act. Das ist ein sehr, sehr großes, milliardenschweres Investitionsprogramm, um in den USA die grüne Wände hinzubekommen und sehr arbeitsplatzwirksam und wirtschaftswirksam Investitionen voranzubringen. Das hat uns in Europa deshalb bewegt, weil die große Sorge bestand und besteht, dass das zu einer Abwanderung nicht nur von Kapital, sondern auch von Unternehmen in die USA führt. Aber insgesamt kann man sagen, aus europäischer Sicht war nach der ersten Amtszeit von Donald Trump Joe Biden jemand, auf den wieder Verlass war, wo sich viel entspannt hat, viele Streitpunkte aus dem Weg geräumt wurden und man gerade in Sachen Russland- und Ukraine-Politik einen sehr, sehr engen transatlantischen Schulterschluss gesehen hat. Danke für diese Beurteilung von Joe Bidens Amtszeit. Und er hat sich mit dieser Entscheidung ja auch nochmal so gezeigt, dass das, glaube ich, für ihn einzahlen wird, für seine Präsidentschaft. Jetzt auf jeden Fall doch die finale Wende. Catherine, was glaubst du denn jetzt, was final dazu geführt hat? Warum zu diesem Zeitpunkt und hat man nicht vielleicht zu viel Zeit und auch Chancen im Wahlkampf verstreichen lassen, wenn man es eben erst jetzt entschieden hat? Ja, das ist Joe Bidens eigenem Ego zu schulden, schlussendlich. Denn Joe Biden wollte 2016 schon kandidieren. Das hat ihm damals Barack Obama ausgeredet. 2020 war er die große einde Figur der demokratischen Partei. Und insofern ist, glaube ich, sein eigenes Bewusstsein von ihm als die einende Kraft für seine Partei, aber eben auch möglicherweise die einende Kraft für sein Land, was er in der ersten Amtszeit nicht ausreichend geschafft hat, innenpolitisch, und was er gerne in der zweiten Amtszeit hätte realisieren wollen, da gehörte, glaube ich, eine gehörige Portion auch Selbstüberschätzung dazu. Und schlussendlich hat, glaube ich, die Kombination aus dem Attentatsversuch, dem Anschlag auf Präsident Trump, Ex-Präsident Trump, Kandidat Trump, der ihn hat als Staatsmann wieder positionieren müssen, Joe Biden. Der Joe Biden als Wahlkämpfer in der Rolle fast unmöglich machte, als attackierender Wahlkämpfer. Die Kombination mit einer Covid-Erkrankung, mit einer generellen, natürlich schwachen Position nach der Debatte. Diese Dinge werden schlussendlich dazu geführt haben, dass auch seine engsten Berater zumindest empfänglicher für die Kritik waren, die Fragestellungen waren aus der eigenen Partei, aus den Kommentaren, den Kommentarblättern der führenden Zeitungen, dass sie empfänglicher dafür waren. Aber schlussendlich war das genauso, wie die Partei, das Parteibuch, die Statuten es vorsieht, Joe Biden musste es selber entscheiden. Und wenn wir jetzt die Chronik der letzten paar Tage uns anschauen, lernen wir, dass er es in der Tat selber entschieden hat, dass er seine Berater erst im letzten Moment zu sich gerufen hat und auch sein Team wirklich zwei Minuten erst vor der Entsendung der Nachricht auf Twitter zu sich gerufen hat über Zoom und ihnen diese Nachricht überbracht hat. Also er hat sich auch dann im letzten Moment an die Regeln gehalten, die Regeln seiner Partei, die Regeln seines Parteibuchs. Und er hat eine staatsmännische Geste geleistet, glaube ich, die dieser, der langen Entwicklung, auch der außenpolitischen Entwicklung, aber eben auch der langen, langen Karriere als Senator, als sogenannter Public Servant, als wirklich jemand, der Dienst an der Öffentlichkeit geleistet hat, in dem Sinne einen würdigen Abschluss verliehen hat. Und was würdest du jetzt sagen? Wie geht es weiter? Meinst du, Vizepräsidentin Kamala Harris ist gesetzt oder müssen wir noch damit rechnen? Einige erwarten einen Showdown auf dem Parteibach-Demokraten in Chicago. Wird es noch spannend? Das wird mit jeder Minute dieses Wahlkampfs weiterhin spannend. Und es liegt zum Teil eben daran, dass die Demokratische Partei eine unglaublich große Partei ist, was die politischen Meinungen, was die innenpolitischen Strömungen angeht. Ich vergleiche das hier, als wenn die Ampel und große Teile der CDU, CSU sich ein Parteibuch teilen müssten. Und das ist wirklich der Verdienst von Joe Biden 2020 gewesen. Wir erinnern damals ein unglaublich breites Feld von Kandidaten, die sich damals zur Wahl gestellt haben, dass Joe Biden sich schlussendlich wirklich als der einende Pol der Partei zur Verfügung stellte. Und was wir jetzt sehen, einerseits diese starken Bekundungen, sich hinter Kamala Harris zu stellen, zum Teil auch, um wirklich das Chaos eines möglichen offenen Parteitags dem zu entgehen, sehen wir aber umgekehrt mit anderen Strömungen in der Partei, die sagen, wir brauchen einen offenen Parteitag zum Teil, weil wir eben auch unsere eigenen demokratischen Werte im Sinne des Systems nochmal stark unterstreichen müssen. Das heißt, wir brauchen einen offenen Wettkampf. Aber es ist natürlich besonders schwierig, in dem Moment, wo die stärksten Fraktionen in der Partei, zum Teil die afroamerikanischen Fraktionen sind, der African American Caucus innerhalb der Partei, die würden sich unglaublich verunglimpft fühlen, wenn auf einmal die afroamerikanische Vizepräsidentin die Zugriff auf den Wahlkampffonds der Biden hat, Biden und Harris, wenn das nicht die Spitzenkandidatin wäre. Das heißt, wir sehen aber, dass unterschiedliche Strömungen beide stark sind. Obama, der ehemalige Präsident, möchte einen offenen Parteikampf und rät das seiner Partei. Andere wiederum sagen, nein, nein, es muss die Vizepräsidentin sein. Und allein aus diesen Spannungen in der Partei könnte genug Unsicherheit entstehen, genug Chaos entstehen, dass das, was wir gerade an Vorteile gewonnen haben für die demokratische Partei, diese Energie, die gerade durch diesen Wahlkampf wieder geht, dass das mitunter wieder eingeschränkt werden könnte, noch vor dem 19. August. Das heißt, es sind sehr, sehr enge Momente gerade. Catherine, Daniela Schwarzer hat gerade am Anfang erzählt, wofür Joe Biden steht und was er geleistet hat. Wofür steht denn Kamala Harris? Ja, das ist gerade ganz interessant, denn Kamala Harris lernen die Amerikaner gerade neu kennen. Sie lernen sie jetzt quasi als Staatsfrau kennen. Wir haben in Europa von Kamala Harris noch relativ wenig gesehen. Vielmehr haben wir in Zentralamerika und Lateinamerika von Kamala Harris der Vizepräsidentin gesehen, denn der erste große Auftrag war für sie, nach Guatemala, Honduras und El Salvador zu reisen, um dort theoretisch zu versuchen, die Situation an der amerikanischen Südgrenze zu stabilisieren. Es ist ihr in dem Sinne nicht gelungen, aber weil sie eben auch die falsche Problematik angegangen ist in dem Moment. In dem Moment hat sich die Situation an der Südgrenze der USA stark verschoben. Es kommen ganz andere Menschen als aus diesen drei zentralamerikanischen Ländern. Aber in Europa haben wir Kamala Harris als Extensio der Biden-Präsidentschaft erlebt. Zweimal auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat sie das getan, was wir von einer Vizepräsidentin aus diesem Lager erwarten würden. Stark die Unterstützung für die Ukraine betont, stark die Unterstützung für die multilateralen Organisationen betont, für das, was Amerika in einem klassisch-demokratischen Verständnis einer Positionierung Amerikas international stark macht. Aber in den USA, Jochen, das ist deine Frage, ist sie die Frau, die jetzt die Abtreibungsrechte, die Individualrechte, besonders Individualrechte im Allgemeinen, für Amerikaner vertritt? Wahlrechte, das Recht auf die Unversehrtheit des weiblichen Körpers, das ist eher ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich das, was die Trumpisten in Anführungszeichen sehr grämt. Nämlich sie steht für das klassisch-integrative Moment Amerikas. Sie ist eine jamaikanisch-indische Amerikanerin aus Kalifornien mit einem starken Rechtshintergrund, Rule of Law, Rechtsstaatlichkeit. Diese Dinge sind ihr wichtig. Und diese Dinge hat sie jetzt im Wahlkampf schon sehr stark für sich positioniert. Danke, Kevin. Frau Schwarzer, Sie haben öfters schon mal gesagt, dass die Europäer sich nicht genug vorbereiten für den Fall eines Sieges von Donald Trump. Also, dass sie sich sicherheitspolitisch eigenständiger positionieren müssen, dass sie mehr Vorbereitung leisten müssten. Zwei Fragen dazu. Was müssten wir tun? Und zweitens könnte es sein, dass die Personalie Kamala Harris, die Europäer jetzt wieder in eine weitere Sicherheit wiegt, dass vielleicht doch das Verhältnis Amerika-Deutschland durch eine mögliche Präsidentin harmonischer sein könnte? Und ist das ein Trugschluss? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Denn Catherine hat uns ja gerade sehr klar erläutert, wie unsicher die Lage innenpolitisch in den USA noch eine ganze Weile bleiben wird. Und wir können einfach heute nicht davon ausgehen, dass der momentane Vorteil, den die Demokraten jetzt haben können in den nächsten Wochen, dass das sich tatsächlich in einen demokratischen Wahlsieg verwandeln lässt. Das heißt also, die Europäer müssen sich vorbereiten, weiter vorbereiten auf eine Situation, in der das transatlantische Verhältnis möglicherweise im Falle einer Trump-II-Präsidentschaft wieder unter starken Spannungen liegt. Und der große Unterschied zur Situation vor acht Jahren, als Donald Trump das erste Mal ins Amt gewählt wurde, ist natürlich, dass wir seit gut zweieinhalb Jahren einen russischen Angriffskrieg auf unserem Kontinent haben. Man mag sagen, dass ab 2014 bereits Russland in der Ukraine interveniert hat. Aber Fakt ist, seit nunmehr zweieinhalb Jahren wird da ein offener Krieg geführt mit dem sehr klaren Ziel, die Ukraine in ihrer Existenz von der Landkarte zu wischen. Und das ist eine ganz neue Situation, eine neue sicherheitspolitische Situation auf unserem Kontinent. Kamala Harris steht jetzt für Kontinuität in der Frage Unterstützung der Ukraine und Schulterschluss mit den Europäern im transatlantischen Bündnis. Wir haben aber auch unter Joe Biden im vergangenen Jahr deutlich erlebt, wie unsicher es ist, dass die Amerikaner dieser Absichtserklärung, dass sie die Ukraine und damit die Europäer unterstützen in der Abwehr des russischen Angriffskrieges, wie schwer es war, Taten folgen zu lassen. Und das ist letztendlich unsicher, auch wenn Kamala Harris die US-Präsidentschaft gewinnen sollte, ob der Kongress mitgeht bei großen weiteren finanziellen und militärischen Hilfspaketen in ihrer möglichen ersten Amtszeit. So, und nun zur Frage, was die Europäer tun müssen. Wir sprechen eigentlich seit Trumps erster Amtszeit, das war im Jahr 2017 im Januar, als er die Regierungs- oder die Amtsgeschäfte übernommen hat, sehr hoch auf der Agenda der Europäer, dass man gesagt hat, wir müssen uns im transatlantischen Verhältnis, in dem die NATO natürlich Bestand haben sollte, selber stärker aufstellen, unseren Beitrag zur NATO deutlich erhöhen und um unsere eigene Sicherheit deutlich mehr kümmern. Und wenn man bilanziert, was in diesen sieben Jahren passiert ist, dann muss man leider sagen, die Europäer haben bei Weitem nicht das getan, was sie hätten tun müssen, wenn sie die Situation damals so richtig ernst genommen hätten. Wir sind jetzt endlich dabei, innerhalb der Europäischen Union, in den Staaten, die auch Teil der NATO sind, die bereits im Jahr 2014 vereinbarten Militärausgabenziele zu erfüllen. Das hat sehr, sehr lang gedauert. Damit erhöht sich der europäische Beitrag zur NATO. Aber in keinem Fall ist er bereits jetzt da, wie die Amerikaner sich es wünschen würden. Das heißt also, der europäische Beitrag zur transatlantischen Sicherheit im Rahmen der NATO muss erhöht werden. Und das heißt nicht nur mehr Geld ausgeben, sondern wenn mehr Geld ausgegeben wird, es auch weitaus intelligenter ausgeben. Für viel stärker integrierte Militärausgaben. Das heißt also gemeinsam schauen, wo sind die Kapazitäten im europäischen Ländervergleich? Wo stärkt man die Stärken? Wie bringt man die europäische Rüstungsindustrie voran? Wie können wir unseren eigenen Beitrag zur Sicherheit auch im hybriden Bereich, also im Schutz beispielsweise gegen Angriffe auf kritische Infrastruktur oder Desinformationskampagnen erhöhen? Und wie können wir auch dadurch innerhalb der NATO ein stärkerer Partner werden? Und noch ein ganz wichtiger Punkt aus Sicht der Amerikaner. Wenn wir über Sicherheit reden, dann ist die größte Sorge nicht etwa die Sicherheit im europäischen Raum, sondern da wird als oberste Priorität nach Asien geblickt. China ist die größte Herausforderung für die USA und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und deshalb werden die Europäer von egal welchem US-Präsidenten nach der nächsten Wahl sicherlich aufgefordert werden, auch im asiatischen Raum einen stärkeren Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit zu leisten, als das heute der Fall ist. Spannend. Ja, also nicht nur die Europäer bereiten sich vor oder haben zumindest die ersten Schritte gemacht. Wir wollen auch noch mal in den Wahlkampf gucken und auf die Vorbereitung von Kamala Harris eventuell. Catherine, bisher hat Biden ja gesagt, dass er seine Amtszeit regulär beenden möchte. Zumindest wissen wir nichts Gegenteiliges. Sollte er denn deiner Meinung nach, lieber, oder Experten würden das vielleicht sagen, das Amt so schnell wie möglich übergeben und Harris damit einen sogenannten Präsidentenbonus im Wahlkampf mitgeben? Würde das helfen? Malwa, du bist offensichtlich glühende Verehrerin von den Präsidentschaftsvorsagen von Alan Lichtman, der genau diese neun Kriterien, also da gehört ein Kriterium, ist der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin, hat es deutlich einfacher, wenn es darum geht, eine nächste Amtszeit zu bestreiten, auch wenn das jetzt hier natürlich eine ganz besondere Situation wäre. Und nach dieser Logik müsste genau das passieren. Im laufenden Amt müsste Joe Biden diesen Wechsel erzeugen, um quasi diesen Bonus ihr zur Verfügung zu stellen. Ich sehe das sehr skeptisch. Ich sehe das deshalb sehr skeptisch, weil die Kampagne von Donald Trump aus dem Parteitag der Republikaner eben deutlich gestärkt rausgeht. Wir haben eben schon über sicherheitspolitische Fragen gesprochen, die wirtschaftspolitischen Dimensionen für Europa, die wären verheerend, besonders in der möglichen Sequenzierung, wie sie auf Europa einprasseln würden. Darauf sind wir bislang noch unzureichend vorbereitet. Und natürlich ganz grundsätzlich steht im Raum, dass Donald Trump demokratieabbauende Absichten hat, also demokratiezerstörende Absichten hat. Von der Einnahme des Justizministeriums unter die Exekutivgewalt, ein Umbau in der Expertise und in der expertengeleiteten Bürokratie. Das ist ihm auch noch übrigens erleichtert worden durch einen nicht viel beachteten Fall, den das oberste Gerichtshof entschieden hat. Jedenfalls nicht in Europa viel beachteten Fall, den das oberste Gerichtshof noch vor der Immunitätsentscheidung entschieden hat. Also diese Trump-Präsidentschaft in Anführungszeichen zu verhindern, braucht in diesem Moment auf der Demokratenseite eigentlich zwei Personen. Den Staatsmann Joe Biden, der sich jetzt am Montag auch noch mit Benjamin Netanyahu treffen kann, der überlegen kann, wie es in den akuten Krisen weitergehen kann, der dann zwar als Lame Duck erscheint, aber dennoch eine Figur des Staatsmannes abgeben kann. Und gerade in diesem Moment, wo das Land sich eben noch von diesem großen politischen Gewaltakt dieses Attentats auf Donald Trump erholt, staatsmännisch wirken kann. Und eine Kamala Harris, die anfangen kann, in bestimmten Bereichen andere Akzente zu setzen. Zum Beispiel auch in der Nahostpolitik, wo sie eben auch schon eigene Akzente gesetzt hat. Diese Kontraste einfach nochmal klarzumachen, dass eine demokratische Partei ist, eine, die arbeitet, die im Sinne der Demokratie arbeitet, wenn sie denn gesetzt wäre. Die andere Version des offenen Parteitags, da habe ich große Bedenken, weil das sehr viel Chaos mit sich bringen könnte. Aber in dieser Arbeitsteilung, wie ich sie beschrieben habe, könnte ein ganzheitlich kompetentes Bild dieser demokratischen Partei und besonders dieses Teams entstehen, wenn sie diesen ganzen Prozess und die Partei diesen Prozess ordentlich managt. Und darauf, wenn ich der demokratischen Partei etwas empfehlen würde, würde ich genau auf diese Dynamik setzen. Ich würde Joe Biden in dem Sinne empfehlen, im Amt zu bleiben und die nächsten Monate diese Rolle noch auszufüllen. Danke, Catherine. Wir reden jetzt, glaube ich, seit einer knappen halben Stunde über die Veränderungen in den USA, in diesem Wahlkampf, den es gegeben hat, das ja auch immer wieder ein überraschendes Moment für uns bedeutet hat. Frau Schwarzer, wenn wir auf diese Veränderung gucken, nachdem wir ein Dreivierteljahr oder länger noch über ein Duell zweier alter Männer in den USA gesprochen haben und auch über diese amerikanische Demokratie, die dort gefangen ist. Allein durch die Entscheidung jetzt hat sich dadurch was geändert im kulturellen, politischen Blick auf die USA, auch aus europäischer Sicht. Kommt da was in Bewegung? Es gibt jetzt eine Riesenchance und wie Catherine Kluber-Eschbrock das gerade beschrieben hat, kann es aber natürlich auch sein, dass es eher zu einer Situation kommt, wo die demokratische Partei beschädigt aus diesem schwierigen Prozess der Kandidatenselektion hervorgeht. Aber sollte es gelingen, dass hier eine Partei sich in der Lage zeigt, sowohl transparent als auch nach vorne gerichtet, unter großem Druck eine Kandidatin, Kamala Harris, ins Rennen zu schicken oder wenn sie sich auf einen anderen Kandidaten oder Kandidatin einigt und auch diese Person sehr gestärkt ins Rennen geht, dann haben wir einen Beleg dafür, dass die amerikanische Demokratie auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation funktioniert. Es geht von diesem Moment möglicherweise eine große Mobilisierungskraft aus und wenn wir auf die USA gucken, dann fällt schon deutlich auf, dass Kamala Harris eine Person ist, die sehr, sehr unterschiedliche Wählergruppen für sich begeistern und mobilisieren kann und die auch als Vizepräsidentin, aber auch als Senatorin und davor als Staatsanwältin immer wieder Demokratie und demokratische Prinzipien den Rechtsstaat wirklich sehr, sehr stark verteidigt hat. Und darauf kommt es ja in diesem Wahlkampf auch an, denn mit Donald Trump tritt ein Republikaner an, der sehr offen sagt, wie stark er die amerikanische Demokratie beschädigen will, wie wenig ihm rechtsstaatliche Prinzipien überhaupt wert sind. Und das hat für uns als Europäer wiederum natürlich eine sehr, sehr große Bedeutung, weil wir merken, dass wir im globalen Systemkonflikt zwischen demokratischen Staaten und autoritären Regimen immer stärker den Schulterschluss zwischen Demokratien weltweit brauchen, um gemeinsam zusammenzuarbeiten, aber auch natürlich, um mit anderen dann wirksam arbeiten zu können, die sich vielleicht zwischen beiden, ja, ich kann schon fast sagen, normativen Lagern bewegen. Und da braucht Europa die USA nach wie vor. Und sollte hier die Demokratie Schaden nehmen, dann hätte das unmittelbar auch Auswirkungen auf Europa und unsere Nachbarschaft. Können Sie diese Folgen noch einmal konkret machen? Also wenn wir jetzt wirklich den 5. November in den Blick nehmen und einmal davon ausgehen, dass die Republikaner gewinnen würden, also Trump und einmal die Demokraten. Sie hatten das jetzt gerade auch schon mal sicherheitspolitisch auf der europäischen Ebene skizziert. Aber was bedeutet das konkret für Deutschland nach dem 5. November? Worauf müssen wir uns da als Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einstellen? Nun, wenn wir in dem Szenario Donald Trump gewinnt eine zweite Amtszeit, noch einmal kurz bleiben, dann ist deutlich, dass Deutschland sich im Bereich Sicherheit und Verteidigung gemeinsam mit den Europäern sehr, sehr stark ins Zeug legen muss. Mit etwas Glück, die NATO aufrechterhalten kann, aber mit einem stärkeren europäischen Beitrag sollte Donald Trump das tun, was er auch schon in seiner ersten Amtszeit immer wieder gesagt hat, aber nie vollzogen hat, nämlich den amerikanischen Beitrag zur NATO maßgeblich reduzieren. Rausgehen wird er vermutlich nicht. Da bräuchte er die Zustimmung bei der Kammern des Parlaments. Aber eben weniger Sicherheitsgarantien aus den USA für Europa gewährleisten, dann müsste Deutschland viel mehr für Sicherheit und Verteidigung tun, was einfach auch heißt, mehr Geld ausgeben und weniger für andere Aufgaben zur Verfügung haben. Und wenn in dem Szenario Trump die USA als Akteur ausfallen, der die Ukraine unterstützt, der Demokratie in vielen Regionen in der Welt immer wieder hochhält und sagt, dafür lohnt es sich zu kämpfen, wir fördern und unterstützen, beispielsweise auch Zivilgesellschaft in vielen Staaten, da ist der Westbalkan zu nennen oder auch Teile Osteuropas. Wenn das alles wegfällt, dann haben wir natürlich auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft über die Ukraine hinaus sehr viel mehr zu tun, wenn wir dazu beitragen wollen, dass diese Nachbarschaft sich stabilisiert und dass die Staaten dort ihren Kurs fortsetzen, nämlich sich Schritt für Schritt in demokratische, stabile Regime entwickeln, die dann auch irgendwann teilweise der Europäischen Union werden beitreten können. Und wenn Kamala Harris die Wahl gewinnt, dann werden wir in diesen Bereichen sehr viel mehr Kontinuität sehen. Aber gleichzeitig wird sich das amerikanische Interesse eben, wie schon gesagt, stärker auch auf den asiatischen Raum konzentrieren. Selbst wenn Kamala Harris in Sachen transatlantische Beziehungen Kontinuität walten lässt zu Joe Biden, dann bedeutet das, dass wir als Europäer stärker auch amerikanische Interessen gegenüber China und im indopazifischen Raum, gerade was zum Beispiel maritime Sicherheit und militärische Präsenz dort anbelangt. Und da wird sich Deutschland auch die eine oder andere schwierige Frage gefallen lassen müssen, wie es diese Vorhaben unterstützt, nicht unbedingt durch eigene militärische Präsenz, aber zumindest durch finanzielle Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniela Schwarzer. Vielen Dank, Catherine Kuiwer-Ashbrook. Wir sind jetzt, glaube ich, schon am Ende dieser knappen halben Stunde zu den USA und zum amerikanischen Wahlkampf. Und wahrscheinlich werden wir dann irgendwann in Zukunft auch noch darüber sprechen, dass sich eine neue amerikanische Regierung auch auf eine neue deutsche Regierung einstellen werden muss. Und dann wird es richtig spannend, glaube ich, dann im nächsten Jahr, weil das alles aufeinander kommt. Die Europäer haben ja auf jeden Fall jetzt noch etwa ein halbes Jahr Zeit, sich vorzubereiten. Das ist, glaube ich, gut, wenn sie sich besser vorbereiten, als zu denken, man muss sich nicht vorbereiten. Vielen Dank für die Einschätzung von Ihnen, von euch beiden. Und Mayra, Mayra, danke auch an dich. Und wir wollen nochmal sagen, was wir demnächst machen. Genau, ja, herzlichen Dank auch von mir natürlich. Und in unserer nächsten Podcast-Folge sprechen wir dann darüber, wie wichtig die Rolle der Kommunen in Deutschland auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist. Schreibt uns gerne unter podcast.bertelsmann-stiftung.de. Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und antworten auch gerne. Und dann sagen wir erst mal an diesem Punkt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die interessante Runde, auch von mir. Danke, alles Gute, Nagel. Tschüss und herzlichen Dank. Ciao. nd Untertitelung des ZDF, 2020